Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch drei verschiedene super leckere, gesunde und einfache Smoothie Ball Rezepte. Die habe ich schon für euch vorbereitet. Diese Rezepte lassen sich wirklich in unter 5 Minuten vorbereiten, sind also für jeden geeignet, der morgens einfach nicht so viel Zeit hat und trotzdem etwas Gesundes essen will. Ich hoffe, das ein oder andere Rezept gefällt euch und ihr probiert natürlich auch etwas davon aus. Wir fangen jetzt direkt mit dem ersten Rezept an und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Ausprobieren. Für mein erstes Rezept braucht ihr Chia-Samen, Kakao-Nips, etwas Schokoladenpulver, Dattelsirup oder Datteln, pflanzliche Milch, Kokoschips, ein paar Beeren, da könnt ihr Beeren nach Wahl nehmen, Erdnussbutter und Bananen. Die Zubereitung ist wirklich total einfach. Ihr nehmt 1,5 Bananen, gebt etwas Milch hinzu und mixt das Ganze erstmal gut durch. Anschließend gebt ihr noch die Chia-Samen, Datteln oder Dattelsirup und etwas Schokoladenpulver zu und vermixst das Ganze nochmal. Anschließend könnt ihr direkt auch die Bowl anrichten. Zum Anrichten der Bowl gebt ihr einfach den Schoko-Bananen-Smoothie und anschließend alle restlichen Zutaten in eine Schüssel und könnt dann anschließend die Bowl direkt essen. Die Zutaten für die nächste Bowl sind Kürbiskerne, Chia-Samen, etwas Porridge, verschiedene Beeren, eine geraspelte Zucchini, Kokoschips, eine Banane und eine Kiwi, pflanzliche Milch und Kokosblüten-Sirup. Die Zubereitung der Bowl ist wirklich total einfach. Gebt die Milch, geraspelte Zucchini, Porridge und Chia-Samen in einen Topf, kocht alles für 2 Minuten, bis es schön warm ist. In der Zwischenzeit zerdrückt ihr die Banane mit einer Gabel, gebt anschließend die Masse mit der Zucchini hinzu. Jetzt könnt ihr noch alles nach belieben süßen mit dem Kokosblüten-Sirup und anschließend müsst ihr die Bowl nur noch anrichten mit den restlichen Zutaten. Für meine letzte Bowl braucht ihr Detox-Pulver, Chia-Samen, Kakao-Nips, eine Avocado, Kokosjoghurt und Kokoschips, ein paar Datteln, eine Banane, Kürbiskerne, eine Zitrone und eine Kiwi. Bei der Zubereitung gebt ihr die Banane, den Kokosjoghurt, die Datteln, das Detox-Pulver, Chia-Samen, die Avocado, Kiwi und etwas Zitronensaft in eine Schüssel und mixt das Ganze gut durch. Anschließend könnt ihr auch schon beginnen, eure Bowl anzurichten. Das waren jetzt auf jeden Fall meine drei momentanen lieblingsgesunden Smoothie Bowl Rezepte und ich hoffe natürlich, sie haben euch gefallen und ihr probiert meine Rezepte aus. Und wenn ihr die Rezepte ausprobiert, dann schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare ein kleines Feedback, wie es euch geschmeckt hat, denn euer Feedback ist mir wirklich immer sehr wichtig. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen durch meine anderen Rezepte stöbern möchtet, dann tut das gerne. Ich verlinke euch jetzt gerade mal rechts und links noch ein paar andere Rezeptvideos und wünsche euch natürlich dann viel Spaß beim Nachmachen.